Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Rainbow. Wir sind hier gerade im Nether unterwegs und ähm... Ja, es ist nicht gerade unspannend, wie ich finde. Hier sind sehr, sehr viele Wizard-Skelette. Da haben wir zum Beispiel mal eins, das will ich mal am besten gleich runterkicken. Tschüss. Ich meine, man könnte sie auch besiegen und hoffen, dass sie einen Wizard-Skelettschädel droppen. Weil die werden wir irgendwann auch brauchen, besonders wenn wir halt gegen den Winter kämpfen wollen. Ah, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Wir haben beiden einen Schlag mitgegeben. Das heißt, einen Schlag noch und sie sind tot. Allerdings werde ich erstmal noch ganz kurz was essen. Und werde jetzt auf sie losschirmen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, Nummer eins. Okay, vielleicht überleben sie doch einen Tick länger. Sie haben doch jetzt schon drei Schläge. Drei Schläge schon. Oh, sie sind angriffsbereit. Komm, 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 komm. Ich habe ihnen doch schon jetzt vier Schläge. Wir raggen die. Raggen die Viecher. Oh, nice. Sehr gut. Okay, und das kann nicht rüberkommen zum Glück. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut. Da oben ist ein Spawner noch. Wir haben eigentlich genug Routen erstmal. Denke ich. Wir können uns natürlich sonst auch hier erstmal reinstellen. Ein bisschen raufhämmern. Komm, einmal warten wir noch ab. Eine Welle. Komm, 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 komm. Bestimmt wieder 44 auf einmal. Ich wäre so mit drei zufrieden eigentlich. Okay, zwei. Nein, sie sind beide außer Reichweite. Au, 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 au. Okay, das hat jetzt nicht so lange gedauert mit dem Brennen. Wie ich erwartet hätte. Aber gut. Oh nein, jetzt geht das wieder los. Das große Spawn, ey. Au, 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 au. Komm, 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 komm. Einfach rein. Einfach rein. Komm, 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 komm. Okay, kurz mal zurückziehen. Das Essen. Und den Spawner abbauen. Nein, 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 nein. Nein. Okay, alles gut, alles gut, alles gut. Abbauen, 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 abbauen. Okay, nice. Sehr gut. Und den Rest müssen wir uns nicht kümmern. Ich denke, das wird schon kein Problem für uns sein. Kriegen wir schon hin. So. Jetzt geht's mit... Von da kommen wir, ne? Genau. Jetzt geht's hier so mit diesem Teil weiter, wo... Diese dummen Wizard-Skelette fallen einfach runter. Okay. Ah, nein, da sind die normalen Skelette. Das stört mich so ein bisschen, wenn da Wizard-Skelette sind. Hier Pigments. Dazwischen normale. Nein, nein, das hat... Nein, okay, wir werden... Okay, wir wohnen nicht Wizard. Scheinbar doch wohnen wir. So, okay, du mal runter hier. Da ist ja noch eins. Ne, doch nicht. Das war nur wieder ein Pigman. Okay, okay, okay. Alles gut, alles gut. Wir haben noch ordentlich Herzen. Alles bis hierhin wunderbar. Also, ist hier irgendwas Cooles? Wofür es sich jetzt gelohnt hat, hier hinzukommen? Ne, nicht so richtig. Okay, 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 okay. Da oben ist ein Pigman auf unserem Dings gespawnt, auf unserem Kies. Da hinten sind Wizard-Skelette. Wir müssen ja irgendwo wieder reinkommen. Da hinten geht's rein. Dann lass uns mal hier lang gehen. War hier nicht gerade noch ein Wizard-Skelett? Ach, da hinten. Okay, aber das kann uns nicht gefährlich werden. Andere Wizard-Skelette hingegen schon. Wir brauchen ja... Das Einzige, was wir hier noch brauchen, sind Nether-Watzen und die Kisten würde ich eigentlich ganz gerne finden. Das wäre schon ganz nice. Tschüss, mein Freund. Auf Aim-Bots habe ich jetzt überhaupt gar keine Lust. Ja gut, hier geht's auch nicht weiter. Oder geht's hier rein? Ich weiß es nicht, aber wenn, dann bauen wir uns eh von hier oben rein. Nein, geht es nicht. Vielleicht sollten wir hier wieder zumachen. Sonst werden wir hier irgendwann mal reinstürzen. Ich sehe es schon kommen. Gut, also hier bringt uns das auch nicht wirklich weiter. Wir müssen irgendwo in den Eingang wieder reinfinden. Vielleicht könnte man... Da oben war doch der Spanner, oder? Ich habe schon wieder komplett die Orientierung verloren gerade. Hier waren wir schon, genau. Hier haben wir uns das Versteck gebaut. Hmm. Das heißt, wir müssen geradeaus... Ja doch... Aber da waren wir gerade eben, oder? Ich bin... Nee, da waren wir. Okay. Ich bin minimal verwirrt gerade. Minimal Orientierung verloren. Hier irgendwo war ein Pikmin. Nicht erschrecken. Okay, die schießen auf mich. Sind gerade aggressive. Oh, Gast auch noch... Wow! Aber direkt reingelaufen. Aua, 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 aua. Ja, ist gut. Hör auf zu brennen. Ist in Ordnung. Wir hätten vielleicht auch einen Kessel mitnehmen können. Oh, habe ich mich erschrocken, Alter. Weil, ist ja, glaube ich, soweit ich weiß, die einzige Möglichkeit, sich zu löschen im Nether. Den Kessel zu platzieren, da Wasser reinzumachen. Weil sonst... Überall sonst verdampft ja das Wasser. Aber im Kessel glaube ich nicht. So, wir müssen... Wir haben nicht mehr viel zu essen. So traurig es ist. Wir müssen jetzt hier irgendwo reinfinden. Ach, du Heilige. Natürlich Lohen und Gar... Äh, Lohen und Wizzerskelett. Ich glaube auch. Diese Lohen. Zusätzlich zu den Wizzerskeletts. Du komm doch her, du olles Viech. Ich habe gerade ein bisschen Angst. Ah, fuck. Wir brennen. Nicht noch dem Wizzerskelett zusätzlich, bitte. So, komm. Alles klar, haben wir. Irgendwas gedroppt hat der. Aber ich glaube, es war nur... Aua! Ich glaube, es war nur Kohle. Ich sehe gerade nichts mehr. Durch die Flammen... Okay, Kies wollte ich jetzt eigentlich nicht platzieren. Wir müssen mal... The fuck? Theoretisch müssten wir hier drin sicher sein, oder? Außer die nutzen den Bug aus, dass man so... Man kann ja Pfeile durch so eine Ecken schießen. Ich hoffe, das tun die nicht. Aber es sieht ganz gut aus, erst mal. Puh, das war gerade schon ein bisschen knapp von den Herzen her, ne? Mann, Mann, Mann. Ohne Bogen ist echt... Nicht so leicht. So, haben wir jetzt eigentlich alle Wizzerskelette getötet? Und Kohle hat es gedroppt, ne? Leider nur. Ja, das ist nicht so optimal. Schade. Ich hätte da eher gerne ein Wizzer Head. Okay, nochmal was essen. Mann, das Essen geht uns echt aus. Da ist die Lohre Nummer 1. Da sind noch eine. Okay, die habe ich. Wunderbar. Aber wo geht es denn jetzt von hier mal wieder rein? Wo ist die andere Lohre? Hier unten dampft es so ein bisschen. Hä? Ist sie weg? Ich sehe sie gerade nicht mehr. Okay, hier geht es nicht weiter. Aber hier irgendwie auch nirgendwo, ne? Oh, hallo. Ah, wie sie mich einfach trifft. Ich bin doch schon weggegangen. Mann. Diese doofe Lohre. Soweit ich sehe, geht es hier auch nicht rein. Wir können uns höchstens da also in bestimmte... ...da rüber bauen. Aber bestimmt nicht, wenn jetzt hier gerade... ...lauter Lohen am Shooten sind. Kommen wir hier irgendwie rüber? Ich weiß es nicht. Doch, hier kommen wir rüber. Waren wir hier denn nicht schon? Ich bin der Meinung, wir waren schon überall, wo man so reingehen konnte. Ich denke schon, ne? Finden wir jetzt hier echt keine Netherwarzen? Das kann ja nicht sein. This is impossible. Geht es hier unten irgendwo weiter vielleicht? Geil, Spitzhacke kaputt. Sieht aber nicht so aus, ne? Als wenn es hier irgendwo weitergehen würde. Ich glaube nicht. Wahrscheinlich machen wir gleich einen Abgang. Oder wo ist das Skelett? Taucht hinter uns auf. Ich glaube, das ist drei Blöcke hoch, oder? Das wirkt sehr groß. Ne, hier ist nix. Hä? Was ist denn das für eine lame Festung, wenn hier gar nix ist? Oh man, das ist wieder alles voll. Und geil, dass unser Essen wirklich gleich leer ist. Wir müssen hier gleich raus. Und wir können uns dann zwar einen Braustand machen. Nur nicht den Pigment schlagen. Wo ist das Skelett? Tschüss. So, diese Lohe. Ist auch schwierig natürlich, sich hier umzugucken. Wenn man keinerlei Zeit hat. Aber es sieht schon so aus, als wenn das nirgendwo ein Untergeschoss hier hat. Vielleicht höchstens hier. Ne, ist auch nur so ein komischer Balken. Sieht echt nicht so aus, als wenn hier mehr wäre. Wie traurig ist das denn? Es gibt doch meistens noch so ganz viele Gänge, wie wir sie vorhin hatten. Aber irgendwie hier gar nicht, ne? Krass. Richtig komische Festung. Bin auch gerade die ganze Zeit am Gucken. So, komm, drop uns mal wenigstens einen Wither-Kopf. Ne. Not so ganz. Ich weiß nicht, ob wir jetzt irgendwas festungsmäßig neu übersehen, aber Wither-Skelette spawnen hier extrem viele. So, ich möchte gerne erstmal das hier angreifen, weil das ist mir nicht so ganz geheuer. Ja, da hinten geht's halt irgendwie noch weiter. Da könnte man nochmal gucken. Jetzt würde ich mir ganz gerne die Wither-Skelette holen, bevor sie runterspringen. Drei Stück. Na, Halleluja. Ja, genau. Kommt hier rüber. Wehe, es kommt auch nur einer um die Ecke. Oh, den hab ich runtergekickt aus Versehen. Hallo. Hallo, hallo. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hallo. Wieder nur Knochen, ne? Ich hab so nur eine runtergekickt. Oder? Ist da nicht noch einer hier irgendwo? Diese Wither-Skelette sind so komisch, ne? Weil sie einfach manchmal disappearn. Hm. Ja, da sieht's auch nicht so aus, als wenn da irgendwie was wäre. Großartig. Ist hier irgendwo Wither-Skelette again? Ne, hier ist auch nur einfach ein Weg oben lang. Und hier unten dürfte es ja auch schon bald runtergehen. Da dürfte ja nicht viel Platz für eine zweite Ebene sein, ne? Ne. Ja gut. Hab ich gesagt. Darüber könnte man nochmal gehen. Das sieht auch mehr nur so aus, als wenn es da oben lang geht irgendwie. Hm. Ja, und unser Essen. Unser Essen. Wir müssen hier raus. So erfolglos das Ganze auch war. Wir müssen hier raus. Und am besten ohne Sprinten großartig, falls wir jetzt nochmal irgendwo Schaden bekommen. Wo müssen wir hin? Wo ist unser Kiesweg? Also hier ist auf jeden Fall... Ah, hier ist der Kiesweg. Aber hier sind gerade so schön viele Wither-Skelette. Da haben wir einfach eine richtig gute Chance. Vielleicht was gedroppt zu bekommen. Alter, sind hier viele. Du musst hier den Wither-Effekt nicht abbekommen. Die sind schnell. So, einen haben wir. Zwei haben wir. Kohle haben die, glaube ich, wieder gedroppt. Ist nicht so... Alter, wie viele spawnen hier? Ja, der wird runterfallen. Wenn wir nicht vorsichtig sind. Ah, da fällt auch schon. Schade. Es ist ganz schön riskant, jetzt hier noch weiter Monster kloppen zu wollen. Du komm mal zu mir. Aber geh da runter. Geh da runter. Ja, okay. Nice. Jetzt haben wir bessere Chancen. Sich zu bekommen. Wither-Kopf. Oh, nice. Wither-Skelettschädel, ne? So heißt das. Nice. Eins zu bekommen ist schon mal ziemlich gut. Die sind sehr, sehr selten, soweit ich weiß. Und wir brauchen drei, um den Wither zu beschwören. Von daher hat es sich jetzt schon mal einen Ticken mehr gelohnt. Und noch haben wir auch noch volle Nahrung. Jetzt habe ich da hinten noch ein Skelett gesehen. Wir dürfen nur nicht zu gierig werden. Okay. Okay. Okay, wir gehen dann. Zusammen mit dem... Das Skelett hat auf mich geschossen. War das Dona dran, tatsächlich? Da ist unser Kiesweg. Okay, da ist auch noch ein einziges Hurserskelett, was auf uns wartet. Das holen wir uns noch. Und dann aber ab nach Hause. Und dann werden wir demnächst noch mal so etwas in die Richtung machen. Komm mal hier runter. Komm hier runter. Ja, okay. Ist das jetzt runtergefallen? Komm hier her. Und drop auch noch einen Schädel. Ah, schade. Das wäre echt nice gewesen. Nein, 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 nein. Nicht Feuer jetzt. Nicht Feuer. Nein, 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 nein. Aus. Aus, 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 aus. Wir müssen uns gleich hochbauen, ne? Oh Gott. Wir haben echt nicht mehr viele Blöcke. Oh shit. Ich hoffe, das reicht. Und ich hoffe, wir werden nicht abgeb... Ach du Scheiße, da ist einfach direkt daneben eins. Oh fuck. Wenn uns hier irgendwas trifft, sind wir tot. Weil wir runterfallen werden. Schaffen wir uns bis dann nach da oben zu bauen? Ich denke schon, ne? Oh, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich flehe um mein Leben gerade, ne? Okay, okay. Alles gut, alles gut, alles gut. Kleiner Leck gerade noch wieder. Hi, Pigments. Ich hoffe, das ist nicht schlimm, wenn ich euch in die Lava schubse. Aber eigentlich nicht, ne? Okay. Okay. Okay, wir haben's, wir haben's, wir haben's, wir haben's, wir haben's. Oh Gott, man. Das war spannender, als es aussah. Für mich. Gut. Nice. Wieder schön in unserer farbenfrohen Welt. Wir haben nicht viel erreicht. Wir haben halt, naja, Lohnrouten, das ist schon mal ganz gut. Und wir haben einen Wizard-Skelettschädel. Das ist schon ziemlich gut. Macht man so einen Braustand? Ne, wie war denn das so? Oh ja, nice. Dann haben wir einen Braustand. Wunderbärchen. Können wir erstmal hier hinplanten. Und dann bräuchten wir aber Neterwarzen. Ich glaube, die braucht man immer. Das heißt, in dieser Festung sind wir echt nicht fündig geworden. Bedeutet, wir brauchen noch eine andere Festung, die wir finden müssen. Tatsächlich. Hm. Das ist nicht so ganz optimal gewesen. Aber gut, ich glaube, der Wizard-Skelettschädel hat nochmal einiges rausgerissen. Ich denke, dann geht das einigermaßen klar. So, wir, wir pflanzen mal unsere kleinen Schweinchen hier vor. Fort. So. Macht mal Liebe, meine Friends. Macht mal Liebe. Gut. Gut. Haben wir denn noch in der Kiste irgendwie was zu essen gehabt? Ich hoffe, ne? Sonst wäre das nicht so gut. Hier haben wir noch Kartoffeln. Dann werden wir doch bestimmt noch irgendwo Ofenkartoffeln haben, oder? Hier sind Ofenkartoffeln. Nice. Okay, gut. Dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo wir uns wahrscheinlich wieder ein bisschen mit dem Haus auseinandersetzen werden. Bis dahin. Und tschüss. Und denkt an die Umfrage für das nächste Mob-Event. Und ja. Genau. 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 Das nächste Mob-Event wartet auf uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.